Ich muss doch irgendwas machen, Mensch. Ja, und was? Das ist ne gute Frage. Scheiße, Alter. Olla ist doch selber schuldig. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Die Tasse im Schrank. Ey, ich hab dir schon mal gesagt. Feuer drin ist nichts. Mach fest deine Fackel aus, Mensch. Ich kann doch nicht von der Schule fliegen, das geht doch nicht. Ich muss doch irgendwas machen. Ach das. Vielleicht reden wir nochmal mit Max. So, der kann was tun deswegen. Max, wohl eher nicht. Ich glaub dagegen kann man nichts machen. Der kann ja jetzt nicht einfach gar nichts machen. Irgendwas muss uns einfallen, das geht doch nicht. Leute, hörst mal her. Der Mut wächst mit der Gefahr. Die Kraft erhebt sich im Drang. Das Schicksal muss einen großen Mann aus mir haben wollen, weil es mir so quer durch den Weg streicht. Schüler. Toller Sprach. Hilft ihr uns jetzt weiter? Ja, will ich. Was? Wenn wir die Scheibe zahlen oder so? Ich meine, wir könnten ja alle sammeln. Da kommt ja auch irgendwas zusammen. Das tut mir echt leid aus. Verpackt bist du da. Das Haus, ich hab sie hier, der Spitt. Ich hab das. Ich hab das. Ich drängst niemals. Ich drängst nicht kurz. Das reicht doch nicht viel. Du bist ja irgendwas nackt. Manni, was ist vor? Ja. Leute, da ist das nicht was. Was? Ja. Bis schon. Schönen Reise. Oh Gott. Ist das eine Tanne mit Feuer? Es ist scheinbar. Hey, ja. Kannst du nichts mit? Das ist Shaun... Ja, Mann. Was ist unsere Nacht? Ja, Mann. Wir müssen jetzt,ure mich jetzt. Ein, zwei, zwei, wunderbar. Kannst du das noch mal? Er ist richtig doof. Ja, okay. Und jetzt wird wunderbar. Und jetzt wird wunderbar. Und jetzt wird wunderbar. Das ist cool, aber wie wollt ihr denn das machen? Das ist cool, aber wie wollt ihr? Das ist cool, aber wie wollt ihr? Was soll denn das jetzt? Na was wohl, was die Banken können, das kann ich schon lange. Mal sehen, ob ich vom Staat dazu auch mehr laufen bekomme. Ja, hallo, ist das die Osttüringer Zeitung? Ich hätte gerne mit Herrn Spiegelberg gesprochen. Bist du voll zwar? Oh, hast du mich angerufen? Was gibt's? Du hast mir was Interessantes versprochen. Das ist aber spannend. Wo hast du die her? Ja, was weißt du denn da drüber? Wie viel bekomme ich da drüber? Ach, guck an. Kommt drauf an, wie viel du mir dazu jetzt erzählend reißt. Ein Kaffee bitte. Kommt drauf an, wie viel du mir dazu jetzt. Ich bin mir das, wie viel du mir dazu in deinem Lied. Kommt drauf an, wie viel du mir dazu in deinem Lied. Ich bin mir das, wie viel du mir dazu in deinem Lied. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020